Bruder, ich kann an dem Ding, no, du, ich seh's hier schon wieder, ich steh schon wieder hier. Bruder, ich kann an dem Ding messen, welche Uhrzeit wir haben. Bruder, hier ist, das ist wirklich, hier, guck's dir an, Stigge, hier. Ich weiß nicht, ob du einen Shader hast, aber bei mir ist hier, bei mir ist hier ein riesen Schatten, Digga. Guck mal kurz, mach mal bitte kurz meinen Stream auf. Okay, warte, warte. Digga, es ist wirklich respektlos. Mach for real, schreib Uhrzeiten hin. Ich craft gleich eine Uhr und dann schreib Uhrzeiten hin. Bro, das ist halt wirklich. Das bewegt dich sogar so perfekt. Ja, das ist respektlos. Das ist der Sinn einer Sonnenuhr, ja. Ja, aber permanent, also dass du es sehr bewegen siehst, ist krass, weißt du. Bruder, das nervt mich richtig. Guck mal da hinten, wo meine Base ist, da ist auch so richtig dieser Schatten, der so über meine Base da geht. Ist das scheiße? Digga, das nervt mich so hart. Das ist so scheiße. Das nervt so hart.